Und die abschließende Partie von diesem Pokal, die letzte Partie, die wir uns hier angucken wollten, aus dem Pokal, ist mit Beteiligung des Trippelsiegers. Der FC Bayern München ist zu Gast bei dem FC Augsburg in der SGL Arena. Gespielt wird am Mittwoch, 4.12. Die letzten fünf Partien gingen hier allesamt an die Bayern. 3-0, 3-0, 2-0, 2-0 und 1-2 zu 1. Augsburg aktuell nicht ganz so gut unterwegs. Gerade mal 36 Prozent haben sie hier gelistet. Darunter ein 0-0 am letzten Spieltag oder an diesem Spieltag gegen die Hertha. 1-2-0 Sieg über Hoffenheim im Freundschaftsspiel 1-0 Pleite bei Unterhaching. Davor in der Liga gegen die Münchner Bayern. 3-0 Pleite und ein 2-1 Sieg über den ersten FSV Mainz. Die Münchner an diesem Spieltag mit etwas Glück. 2-0 Sieg. Na, das Glück. Wegen der roten Karte, die der alte Pisser eigentlich verdient gehabt hätte. Ja, ein 3-1 über ZSKA Moskau in der Champions League. Ein 3-0 über den BVB. Wie gesagt, das 3-0 gegen den FC Augsburg. Sowie ein 1-0 Arbeitssieg gegen Viktoria Pilsen in der Champions League. Hier in diesen Duellen sieben Spiele, sieben Siege für die Münchner. Und ja, der Pokalweg für die Münchner am ersten Spieltag. Was ist das? Schwarz-Weiß-Reden war das, ne? Ja. Ja, und danach also 5-0 Sieg in der Partie. Sowie ein 4-1 Sieg gegen Hannover 96 in der darauffolgenden Runde. Die Augsburger in der ersten Runde 2-0 Sieg über Red Bull Leipzig. Beziehungsweise Rasenballsport, wie man es ja eigentlich nennen soll. Wie auch immer. Aber danach 3-0 bei Preußen Münster. Also Augsburg noch torlos. Und was denkst du, wird es so bleiben oder nicht? Also man muss ja natürlich sagen, die Performance von Augsburg täuscht ja auch so ein bisschen. Also sie spielen ja eigentlich momentan recht gut. Also man muss ja überlegen, okay, das Freundschaftsspiel kannst du ja eh schon mal rausnehmen. Dann die 3-0 Pleite gegen die Bayern, okay. Wird man wohl auch rausnehmen können. Von daher bleibt da noch übrig zwei Siege und ein Unentschieden. Von daher, sie sind ja eigentlich viel besser unterwegs, als man das ihnen eigentlich zugetraut hätte. Dennoch, glaube ich, wird es nicht reichen für die Augsburger. Und ich sage deswegen, der FC Bayern gewinnt glanzlos, aber verdient mit 2-0. Ja, mal gucken, ob das Pokalgespenst Thomas Müller da wieder zuschlägt. Er ist der Einzige mit mehr Treffern im Pokal. Aber ich denke auch, dass Bayern sich hier da die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und am Ende 3-0 gewinnt. Auch wenn es mich für Augsburg freuen würde, wenn sie hier eine Sensation landen würden.